So, wir sind hier immer pünktlich. Die Speed-Uhr zeigt 20 Uhr und 16 Sekunden. Der Professor Dr. Jörg Knoblauch, als er vier Jahre alt war, sagte die Kindergärtnerin zu seinen Eltern, behalten Sie den Jungen zu Hause, der ist zu dumm. Als er elf Jahre alt war, sagte die Lehrerin, lass den Jungen weiterhin in der Hauptschule. Das Gymnasium wird er nicht packen. Als er 21 Jahre alt war, wurde er von einer Fachhochschule verwiesen, weil er von einer 6 in Mathe nicht runterkam. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, Bestsellerautor und lehrt selbst an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten. Er ist geschäftsführender Gesellschafter einiger mittelständischer Unternehmen, Institutsvorsitzender und Vorstandsmitglied. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem Best Factory Award, eine Auszeichnung für das bestgeführte Kleinunternehmen Deutschlands, Ludwig Erhard Preis oder auch den World Calendar Award. Jörg Knoblauch vermittelt komplexes Wissen einfach, praxisnah und humorvoll. Und er versteht es bei Vorträgen zu begeistern. Er ist, wie gesagt, Bestsellerautor mit über 400.000 verkauften Büchern, die mittlerweile in ein Dutzend Sprachen übersetzt sind. Ich habe hier eine außergewöhnliche Jobbeschreibung von ihm gefunden. Kaffee kochen können wir selbst. Und wir brauchen auch niemanden, der uns den ganzen Tag nur über die Schulter schaut. Wir bieten ihn die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Und nun wird er bei uns in der Online-Uni 24 aktiv. Hier ist Jörg Knoblauch. Das ist eine Einleitung, die ich je gehört habe. Und ich bin begeistert, dass wir sie aufgezeichnet haben. Herzlichen Dank. Also die Online-University ist eine großartige Sache. Bildung ins Wohnzimmer zu bringen, das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Und das machen wir jetzt die nächsten 60 Minuten und wunderschön unterstützt durch Folien und Texte. Vorneweg, es gibt einen Horst Opaszowski. Das ist ein Zukunftsforscher und der macht im Moment Furore mit der Formel 0,5 mal 2 mal 3 soll heißen. In Zukunft brauchen wir nur noch 0,5, also 50% der Menschen. Das hat mit Produktivitätsfortschritt was zu tun. Das hat was damit zu tun, dass immer mehr Leute für unsere hochkomplizierte Welt nicht mehr tauchen und so weiter und so weiter. So, mal 2 soll heißen, das ist die schöne Botschaft und vor allem an jeden, der hier gerade mitmacht. Sie oder ihr gehört ja nicht zu den 0,5, ihr gehört zu den 2. Mal 2 heißt, die verdienen doppelt so viel. Glückwunsch. Aber die dritte Botschaft, mal 3 heißt, die müssen das Dreifache arbeiten. So, wer jetzt an einem Abend um 20 Uhr hier sitzt und sich mit diesen Themen beschäftigt, also der ist ganz eindeutig auf der Seite, denen es in Zukunft gut geht. Also die Schere von Arm und Reich geht auch in Deutschland auf in einem Tempo, das ist atemberaubend. So, wenn man fragt, was hat Jörg Knoblauch dazu gebracht, die besten Mitarbeiter finden und halten. Ich kann nur sagen, als Chef verschiedener mittelständischer Betriebe, da sieht man einige der Firmen, die zu uns gehören. Das geht los bei, ja, Aufbruch zur Gelassenheit, das ist eine Old Economy Company, da geht es um Zeitplansysteme, dann geht es und so weiter und so weiter bis ganz rechts Persolog, das ist eine Firma in Karlsruhe, die auch etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben über die Jahre ganz viele Awards, also Preise bekommen, da ist vor allem in der Mitte, sieht man diesen 2002 Gewinner des Ludwig R. Preiswettbewerbs, das ist der höchste deutsche Unternehmenswettbewerb. So, und das hat uns viele Kunden gebracht im Beratungsbereich. So, und das Schöne ist, auch unsere Kunden bekommen diese Preise, nicht nur wir, und das sind ja auch renommierte Firmen. So, Jörg Knoblauch hat, das wurde gerade von Jörg Fräse schon gesagt, eine kleine Leidenschaft und die heißt Bücher schreiben, also ich habe knapp 30 Bücher geschrieben und die mittlerweile in ein Dutzend Sprachen übersetzt wurden. Das ist eine wunderschöne Geschichte. So, die selbstständigen Unternehmer, die begrüße ich jetzt mal ganz besonders, die sind dafür zuständig, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Wird eine Firma gründet, also Existenzgründer, der weiß, der Anfang ist extrem schwer. Ja, du hast irgendwann einmal zwei, drei Banken und guckst jeden Tag, wie die Kontostände sind und wo man noch ein bisschen Geld rausholen kann. Aber, das hat sich dann bei uns doch geändert und vor ein paar Jahren war ich so weit, dass ich keine Bankschulden mehr hatte. Boah, ist das ein gutes Gefühl. Jetzt, früher musste man den Banker grüßen, jetzt hat sich das rumgedreht, der Banker grüßt mich. Und meine Frage an mich selber war bei meinem Nachdenken, hmm, was hat dich dorthin gebracht? Und ich habe auf so einen Zettel gekritzelt, how to find them, how to keep them. Also die Frage, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter und wie halte ich? Also, ich kann nur sagen, jeder der selbstständigen Unternehmer, der sich hier eingeklinkt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Hast du exzellente Mitarbeiter, boah, dann ist es völlig egal, ob du heute in die Firma kommst oder nicht. Aber wenn du eben keine exzellenten Mitarbeiter hast, dann ist egal, wie früh du aufstehst. Du kommst nicht nach, mit den Dingen zu reparieren, die da schon zerbrochen wurden. So, das ist die bittere Wirklichkeit. Und jetzt zu unserer Erkenntnis und unserem Einstieg erst mal. Es geht um A, B und C. A, B, C soll heißen, es gibt Menschen, naja, also da gibt es hier die ziehenden Karren, das sind diese A's, da gibt es die B's, die geben eben her und die C's, die hocken sich oben drauf. Und wenn man jetzt diese Folie so sieht, aus einem War of Talent wird ein War for Talent dann übersetzt. Heißt das, vor 10 Jahren, 15 Jahren, jeder wollte einen Job. Bei euch, bei mir, völlig klar, War of Talent, Krieg der Talente. Heute haben wir einen Krieg um Talente. Das heißt, wir, die Chefs, sitzen an einem denkbar kurzen Hebel. Und der Mitarbeiter, der sitzt am langen Hebel. Das sieht man ja auch im Internet an den ganzen Bewertungsplattformen, KUNUNU und wie die alle heißen. Die Mitarbeiter, die sind es, die über ihre Chefs berichten, die sagen, da lohnt es sich, da lohnt es sich nicht, da gehst du rein, da gehst du raus. Zum Beispiel, mein Kollege Joachim Grott, der kriegt regelmäßig diese Anzeigen. Wanted Senior Web Developer, 10.000 Euro Reward. Also ein Senior Web Developer ist ein Mensch, der so 3.500 Euro im Monat verdient. Aber du kriegst dafür 10.000 Euro in Cash, wenn du mir einen rüberschiebst. So, und es fehlen derzeit in Deutschland 70.000 Ingenieure und das geht auch alle Bereiche durch, bis zu noch 150.000 Auszubildende. Wow. Also, der Mitarbeiter, der sitzt am langen Hebel. Aber, es hat sich noch mehr geändert. Nämlich, Chefs denken anders als vor ein paar Jahren. Chefs denken zunehmend in A, B, C. Also, der, der gerade links schaut, der hat offensichtlich ein C gefunden, der B und der rechts, das ist ein A. Eindeutig. So, und jetzt aber wird die Sache spannend. Ich übergebe. Die zweite Frage, die wir an Sie haben, was denken Sie denn, wie die Verteilung von A, B und C Mitarbeitern in Deutschland aussieht? Sind es 10% A, 70% B und 20% C? Sind es 30% A, 40% B und 30% C? Oder sind es sogar 50% A Mitarbeiter, 30% B Mitarbeiter und 20% C Mitarbeiter? Diese Frage stelle ich einfach mal in den Raum und wäre dankbar, wenn Sie abstimmen. Genau, das Voting läuft. Es sind schon einige Stimmen da. Wenn Sie einfach noch Ihr Kreuz setzen, also 10, 70, 20, 30, 40, 30 oder ist das Verhältnis in Deutschland 50% A, 30% B und 20% A Mitarbeiter. Ich lasse noch 10 Sekunden das Voting offen und dann gebe ich Ihnen das Ergebnis Preis. Okay, dann schließen wir hier mit dieser Umfrage und so sieht das Ergebnis aus. Ja, also das habt ihr absolut richtig erkannt, die 10, 70, 20, das ist das Richtige. Es gibt 10% A in Deutschland, es gibt 70% B und es gibt etwa 20% C. Also ich sage mal so, die, die jetzt anders gewohntet haben, die liegen nicht ganz daneben. Also ich sage mal so, die, die jetzt anders gewohntet haben, die jetzt anders gewohntet haben.